Ich bin der Markus von der Whisky-Truhe. Das ist der Tapetenablöser, zugegeben noch nur die leere Flasche. Und was ist der Tapetenablöser? Der Tapetenablöser ist der erste Monschein von mir. Und wenn du denkst, oh, nicht schon wieder so ein süßes Likörchen. Nee, der ist nicht süß. Das ist Bacon, das ist Pflaume, das ist Barbecue. Jo, nix süß und nix 20, 25 Prozent. Das ist eine Spirituose mit 42 Prozent. Das ist auch nicht für jedermann. Das wird polarisieren und das ist so gewünscht. Denn, ehrlich, der Markt ist voll mit süßen Likören mit dem Namen Monschein. Und wir sind uns einig, dass das Marketing, das Ding ist nicht beim Monschein illegal nachts irgendwo im benachbarten Wald gebrannt. Nee. Aber, deswegen brauche ich eure Hilfe. Bisher haben wir es im örtlichen Obse-Gallabau-Verein brennen können. Ich möchte aber den nächsten Step gehen. Ich möchte damit raus auf den Markt. Und da brauche ich eine Lohnbrennerei und da brauche ich ein bisschen Unterstützung eurerseits. Sucht euch was Schönes aus an Geschenken. Und wenn ihr euch fragt, warum heißt das Ding Tapetenablöser? Ja, damit könnt ihr bei genug Intus euch die innere Tapete ablösen. Aber, gebt mal bei Google oder bei YouTube ein Abmahnung Fototapete Whisky-Truhe. Lest und genießt das Schauspiel. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lest und genießt das Schauspiel.